So, ob ich auch hier noch zwei hinpflanzen könnte? Ja. So, lasst ein paar mal die. Oh, willkommen. Okay. Ein Gepäcksehaus. Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Oh. Na. Solange es das Ding nicht zerreißt, ist ja gut. Jetzt pass mal auf, das Schwerkraftlabor können wir woanders hinsetzen. Hoch. Ah, okay. Null bis neun Grad Elektronik reinrauben. Interessant. Äh. Sie wollen mich sehen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Dann bauen wir hier ein Kühlmodul. Halt, wir haben ja ein Kühlmodul. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Ja, ja, ja. Ich erhöhe es ja jetzt, oder? Äh, ja. Möchte. Temperaturen erreichen Hitzeverringerung. ist unzureichend. Okay, das muss ich direkt daneben platzieren. Oh, die Schöße. Also, das ist eine... Sie wollen mich sehen? Alter, jetzt halt doch mal die Fresse da drüben. Ähm. Temperatur plus 10, plus 2, plus 2, minus 20 und die plus 6. Okay, das ist jetzt halt die Fresse. Sie wollen mich sehen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Temperaturen zu 20%. Also, wir haben hier im Prinzip 20, 30, 36, 40. Also, das ist eine... Also, das ist eine... Also, das ist eine... Temperaturen zu verringern? Okay. 40 Grad, das packen... Das geht immer noch nicht. Alter, das ist ja reines Try and Error. Niedrig. Das ist niedrig, Mami. Ähm. Ich platziere das Ding jetzt mal darüber. Wenn ich die tausche? Temperaturen erreichend Forschung bietet neue Optionen. Ist das natürlich blöd. Sie wollen mich sehen? Weil da kaum was... Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. ...drang geliefert wird. Temperaturen erreicht Forschung bietet neue Optionen. Oh. Also, wie kann ich behilflich sein? Wenn ich das jetzt wegpacken... Also, das ist eine... ...nette Überraschung. Was... 18 Grad. Ich hier noch eines schon packen. Vorsicht! Ein Vakuum ist... Fertig. Ich krieg die Krise, Alter. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Alter! Das versorgt das Ding nicht. Also, wie kann ich behilflich? Das müsste ich theoretisch gleich... ...dranbauen. Das Gewächshaus. Okay. Und oben und unten kann ich das nicht dranbauen. Natürlich, da klasse. Oh, willkommen! Jetzt halt doch einfach mal die Schnauze. Was braucht der eigentlich? Ah, okay. Das ist besser. So, das nächste Shuttle kommt... ...in ein paar Sekunden. Nächstes Astronautenteam trifft ein. So. Oh Gott. Ähm... Sie wollen mich sehen? Gibt es hier überhaupt ein optimales Ding? Also, wie kann ich... Hm. Der kühlt um minus 20 Grad. Eine Solarzelle füllt das komplette Ding aus. Schwerkraftlabor. Theoretisch. Wenn ich noch ein Schwerkraftlabor... ...dorthin zusetze... ...steht hier eigentlich wie viel... ...nä, steht natürlich nicht da, wie viel das Ding ist erhöht. So, jetzt ist es im optimalen Bereich. Okay. Plus 500 Prozent. War das vorher nicht bei 600? Temperaturen erreichen kritische Stufe. Also, wie kann ich behilflich sein? Plus 633. Oh, willkommen. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Okay. 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 Ja. Dann... Möchten Sie etwas? Aber warum steht jetzt da 54 Expertise und bei dem anderen ist es... ...60? Ich habe hier einen Bonus. Oder wirkt der Bonus nicht so viel, wenn... ...ähm... ...wenn die Temperatur nicht stimmt? Ja. Möchten Sie etwas? Alter. Ich... ...kotze mich jetzt schon mal. Kann man das irgendwo ausschalten? Für einen Status... Aufbereitungssystem. Bitte unterstützt für angeschlossene Werkstätten. Stauplattform. Bitte unterstützt für angeschlossene Werkstätten. Was braucht denn das Ding? Ich bin mitten in einem Test. Solarzelle Stauplattform auf Berettungssystem. Alles klar. Oh, 11,4 Millionen. Ich glaube, es ist Zeit... Oh, plus 17.000. Es ist Zeit... ...eine Auktion zu beginnen. So, werten wir den ganzen Scheiß mal ab. Wir haben ja auch ein bisschen... ...Einfluss. So. Fuck you. Oh, tut mir leid. Ich war in Gedanken. Aufbereitungssystem. Alter, ihr habt... ...das hat ja null gebracht, dieses Abwerten. Okay. Gut, fünfeinhalb Millionen. Ist gut. Haben wir gekriegt. Passt. Schauen wir mal kurz hier rein. Weitere Bausätze in fünf Minuten. Elektronik rein, Raum. Es dauert noch, es dauert noch, meine Freunde. So. Solarzellen. Vorsicht! Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Ist sehr gut, ist sehr gut, ist sehr gut. Ähm... Stauplattform, wie viel... Vorsicht! Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Wie viel... Bring... Hallo? Plus sechs. Warum eben halt jetzt noch ein Kühlsystem da dran? Ein Aufbereitung für neun Erfolg erfüllt. Ja? Also, plus acht. Okay. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. 699... Kann man das eigentlich alles voll machen? Ich hoffe, ich finde mich nicht langweilig. Ich denke nicht. Ich denke nicht, meine Freunde. Das hier ist auch komplett unnötig. Oh, willkommen! Oder? Also, das ist eine... Nette... Ja, das ist komplett unnötig. Dann könnte ich nämlich hier noch eine Verbindung schaffen und dann hier noch eins hinsetzen. Theoretisch, wenn ich es schlau anordne... Kann ich... Vorsicht! Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Ja, ja, ja. Kann ich hier noch eins hinsetzen? Geringe Projektauslastung. Geringe Projektauslastung. Aller Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass sie nicht zu lange in der Schwerelosigkeit bleiben. Ja, ja. Ähm... Lass mich mal kurz auf den Mond schauen. Kann ich sagen, dass ich dort Ingenieure rekrutieren kann? Auf dem Mond? Jawohl. Ingenieurs-Institut. So. Wo pflanzen wir dich denn mal hin? Okay. Die alle müssen weg. Sie sind... Sie sind... Das ist schön. Da freuen sich die Leute, wenn du kommst. Du musst weg. Ich. Du störst. Jetzt brauchen wir Straßen. Wer sich fragt, wie ich die so schnell auswähle. Yes. Auf der Tastatur. Hi. Hi. So. Für neuen Erfolg erfüllt. Können wir die wieder zurücksiedeln? Alles klar. Ab... Wobei, wartet mal. Nichts und niemand... Können wir... Ein bisschen noch. Ich. Könnten wir... Jawohl. Geht doch. Irgendwann auch noch. Unter. My friends. Die Zentrale wird zufrieden sein, dass die Angelegenheit geregelt ist. Wobei... Ich vielleicht noch... Komm her. Sie haben Befehle für mich? 50. Oh. Das war natürlich hier voll intelligent reingesetzt. Oh, das könnte kloppen. Könnte. Zu schibisch, aber... Hier weg. So. Neue Stationsmodul zum Andocken bereit. Naja. So. Wo wollte ich das hinbauen? Hier wollte ich das hinbauen. Allein? So. Platzieren wir den noch hier, damit wir hier schön die... Arbeit im Umkreis haben. Wozu? 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 ruckst du weg!? Er ziehen wir den hier. Ja, dann müssen wir nach oben. Guck mal. Wohl oder übel. Müsst ihr noch dort oben ziehen. 100% Das ist gut Gefällt mir Okay Einen haben wir hier und hier haben wir sieben Okay, das reicht nicht für zu Schade Schade Das wird ja nicht noch ein bisschen zurückfalten können Kommt, wir laden Okay, laden wir hier nochmal Das geht schön schnell zum Laden Da ist nicht viel zu machen Neue Baupläne halten Energiecluster Und eine Schwerindustrie Oh, wir haben Wir haben Eine Orbitalwerkstatt Nein, das war nicht, was ich wollte Das war auch nicht, was ich wollte Ähm Sehe ich sie sowieso ständig Genau Batterieüberladung Technologie Schwerindustrie Energiecluster Okay Schwerindustrie Was können wir hier alles machen? Sie ist sie sowieso ständig Mondais statt Deuterium Oh, das ist nice Das ist wirklich nice Ich bin gerade am schauen Wo kriege ich diese Werkstatterweiterungen her Ich brauche noch ein paar Hier Das wäre ganz gut Wenn wir hier auf Energiecluster gehen Die Frage ist Wenn ich das hier erforsche Kann ich gleich das hier erforschen? Weil dann könnten wir jetzt einfach noch So ein Ding dran hängen Okay Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018